Ja, da sind wir im nächsten Teil von Dead Space 2. Genau. Ah, mein Ohr. Also, ich fühle mich nicht das Ohr, sondern mehr so der Sound auf den Ohren. Ja, wo müssten wir denn eigentlich normal haben? Wahrscheinlich durch die große Tür. Natürlich. Da hätten wir eine Werkbahn und da hätten wir wieder einen Raum, den wir mit einem Energieknoten öffnen können. Genau. Machen wir aber nicht, weil direkt nicht immer was. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was da immer drin ist. Vielleicht fühlen wir direkt wieder die Energieknoten. Ja, unwahrscheinlich. Aber teilweise ein bisschen was an demselben Wert. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Hm. Ich weiß nicht. Na komm, einmal. Einmal. Das haben wir schon bei jeder Tür gemacht. Ich glaube schon. Naja. Egal, gucken wir mal nach. Vielleicht lohnt es sich ja. Hallo. Okay, du hast mehr Energie. Du hast mehr Energie. Start. Start weg. Okay. Dreieck können wir es also wieder auffüllen. Los. Credits, Credits. Naja. Immerhin. Quasi hat sich nicht gelohnt. Na, egal. Na, ganz toll. Aber einen haben wir noch, den kommen wir jetzt noch kurz in den Raum. Einen haben wir feiner. Nö, irgendwas anderes machen. Ja, mal sehen. Ähm. Wie sieht es denn mit dem Plasma Cutter aus? Okay, wenn wir einen einsetzen könnten wir die Kapazität erhöhen. Und beim Rick können wir gar nichts machen. Und bei dem anderen? Was benutzen wir denn noch oft? Das ist ein Pulsgewehr. Kapazität. Was noch? Und bei dem Ripper? Äh, Schaden, Kapazität oder? Sekundärfeuer. Sekundärfeuer. Mach, äh, Plasma Cutter. Kapazität. Soll ich auch sagen, weil wir benutzen auch am häufigsten. Ja, ist auch die beste Waffe. Okay. Dankeschön, Werkbank. Danke. Das Füll, können wir jetzt tragen. Ja, so. Oh. Äh, oh. Heilige. Ich würd sagen, ein schwereloser Raum. Ich würd grad sagen, was ist denn hier los, ey. Du darfst sogar, kannst fliegen. Cool. Äh, irgendwas ist glücklich. Ja, ich weiß gerade. Es ist, gefällt mir gar nicht, dass es hier so dunkel ist. Oh. Äh. Ich denk, hier ist immer was anderes. Okay, da müssen wir lang. Okay. Was ist denn da hinten, hinten? Wir müssen, äh. Ach, guck mal. Energie. Ripper. Klingen. Brauchst du Feuerlöschen? Nee, eigentlich nicht. Ich hab ein. Eigentlich ja nicht, aber. Grundweg. Baseball. Ich hab da kein Schläger. Nur meine Hände, die ich nicht einsetzen kann, wenn ich schweige. Oh. Das ist ja doof. Kannst du aber schießen, oder? Na, aber ich will jetzt keine Munition verschwenden. Nein, aber könntest du. Nein. Wer weiß, wir sind hier nicht bei Metal Gear Solid 2. Ich glaub, du musst da den Sauerstoff abdrehen. Ja. Okay, hier steckt was drin. Das muss ich wahrscheinlich hier raus... einfach rausziehen. Was ist denn? Hm. Da ist noch was, aber da steckt. Kann ich auf der anderen Seite. Nix drin. Ja, komm. Okay. Stase. Wiedersehen. Ich verstehe leider kein Wort, was sie sagt. Irgendwas mit Sauerstoff reduziert. Aber da hinten schwebt. Aber da hinten schwebt, glaub ich, irgendwas unterhalb vor. Das steht in der Ecke. Ne, doch nichts. Das ist nur ne Leiche. Ja. Okay, also wir müssen den Sauerstoff reduzieren, damit die Flammen eingedämmt werden. Denn wir müssen da durch. Da unten. Ich denke, oben auch O ist immer dort, oder? Wahrscheinlich. Wir haben Pech haben in jedem Stockwerk. Was? Audio Lock. So. Ich hoffe, du bist so blieben. Ich wollte nie herkommen, aber du musstest uns in dieses Festland zerren. Und jetzt geh dir an, was passiert ist. Meine kleine Tochter hat sich in. Und er ist uns verwandelt. Ich musste. Wie konntest du? Wie konntest du dich alleine lassen? Hörst du mich? Ich musste meine Tochter töten. Okay. Die helfen uns ja nicht wirklich. Nee, ich will nicht. Die Audio Locks. Hm. Ich weiß schon wieder, wie das belohnt wird, wenn wir hier das Ding gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich wieder dadurch, dass uns wieder irgendwas angreift. Wahrscheinlich. Hm. Mal weiter oben gucken. Ja. Wie kann man denn nochmal? Nee. Volga? Nicht. L2. Ja, 2. Ja, 2. Aber dann macht er hier diesen. Ja, ja. Ja. Dann dreht er sich über. Achso. L2. Da. Da oben. Tatsächlich. Ja. Da sieht's gut aus. Okay. Komm her. Abdeckung. Tschüss Abdeckung. Los. Ich glaub das war's, oder? Echt nicht? Da oben ist grad das Feuer weggegangen. Ah. Geil. Ausstoß bei 0. Wer aufbeteilt in diesem Gebiet ist nicht sicher. Es wird dann jetzt eigene Sauerstoffversagen benötigt. Okay, das heißt wir müssen schnell hier rausfinden, sonst... Ich hätte jetzt gesagt, pack die Dinger doch wieder rein und steh den Sauerstoff wieder her. Ja. Wenn ich das Spiel kenne, werden dann wieder... Monster... äh... Feuer kommen. Nee, ich ja nicht. Reiß. Feuer ist aus. Wo ist das Vieh? Ich kann's ja welch mal versuchen. Ich hasse euch. Genau euch. Da fliegt glaub ich ein Oktopus an dir vorbei. In Form von... einem Stofftier oder so. Okay, versuchen wir's mal. Wo sind denn die Boxen? Wo hab ich den hingepfeffert, ey? Was ist eben da als einer? Äh, und hier unten war irgendwo eine andere Seite. Bitte, dahinter. Äh, ich flieg komisch. Also rein theoretisch müsste es ja wieder funktionieren. Müsste es ja funktionieren. Geht so aus. Hey. Okay. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Und jetzt? Dadurch. Dadurch. Man kann's quasi auch ruhig wieder zu 100% aufbauen, aber muss ja nicht. Nee. Dauert jetzt zu lang. Das sind glaub ich die Senaten. Ja, ich will nur gucken, ob hier noch irgendwas liegt um die Ecke. Anscheinend nicht. Und verlass. Ich kann's nicht öffnen, wenn ich schwebe. Was? Was ist aus die Ecke? Was? Was ist aus die Ecke? Was ist aus die Power Ranger? Okay, hier kann ich also nicht mehr fliegen? Oh, ist das dunkel. Äh. Ich sag bloß, ich muss mir jetzt nicht mehr fliegen. noch aus einem anderen Raum holen. Geil. Fliegt hier nicht zufällig eins rum? Oder liegt? Äh, nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht! Hallo? Jetzt soll ich mir noch eins suchen. Äh, okay. Ah, da liegt doch direkt eins. Da liegt eins. Nein, nicht da rein. Komm her. Ja. Kannst doch laufen damit. Ich weiß. Aber ich schwebe lieber. Das ist grad voll eklig aus, dass viele da in der Luft nur mit den Zähnen so. Okay, mal mit. Pock. Ich brauche mal. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, Aufzug. Ich darf mal wieder Aufzug fahren. Ja, der braucht ein bisschen lange. Ja, ich weiß. Geh auf. Was ist drin? Ja, natürlich ist da was drin. Wie geil. Das Spiel ist so berechenbar, ey. Ich sag noch. Der braucht aber lange. Das ist ein Schlipper drin. Wenn etwas nicht so wie immer funktioniert in diesem Spiel, dann könnte von ausgehendes... Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ja, ja. Okay. Ja. Weggepackt. Ja. Ja. Weggepackt. Ja. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss. Hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn. Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Ja. 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 Okay. Idiot. Das sind irgendwelche Kunden. Ohne Erkenntnisbelastung. Okay, dann würde ich sagen, bleibt nur noch dieser Weg. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Dieser Weg. Ach, das sieht fast genauso aus wie die Halle, wo wir einfach mit dem Zug gestrandet sind. Nur ohne Zug. Ja. Äh. Und was hat da gerade geschrieben? Das ist sowas in der Halle. Ja. Okay. Was ist denn da? Detonatormine. Brauchen wir die? Nein, die sind für diesen Detonator, den wir nicht haben. Ach ja, stimmt. Eine Waffe, die Minen verschießt. Wer braucht sowas in so einem Spiel? Ja, wo alles so hektisch ist. Außer ihr wisst wann und wo ein Gegner kommt. Ja, dann kannst du... Aber... Nö. Äh, da oben ist ne Kiste. Ohne Leuchte, die Kiste. Ja. Dann hol dir mal die Kiste runter. Ah, natürlich so ein Labyrinth aus Kisten hier, ey. Ich kann mir vorstellen, dass du... Ich sag's dir aber nicht. Ah, die Fresse. Tja, die ist offen. Geld. Geld ist immer gut. Oh, ein Stase-Dings, aber wir haben... Das heißt wohl gleich kommt wieder irgendwas, wo wir Stase benutzen müssen. Wahrscheinlich entweder so ein Überfetter oder so ein Überschneddel. Oder ein Rätsel. Aber diese brauchen wir eigentlich keine Stase. Oh nein! Deswegen Stase! Ringen sie! Oha! Ja, wir haben übrigens mal rausgefunden, was das für Viecher sind. Sie nennen sich Stalker. Ja. Und das machen sie auch ganz gut. Und sie ziehen das Treffen ab. Ja. Nimm mal irgendwo eine schnelle Impulsivgebühr oder so. Das ist ein bisschen fixer. Ha! Ha! Stirb! 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 Okay. Okay. Watt. Okay, der ist tot. Der ist tot. Uff! Die sehen aus wie Hühner, wenn die laufen, ey. Jo, der hat's... Bleib liegen! Jetzt. Pfff! Konkret der Nächste. Boah ey. Okay, ich mag die nicht. Ich hab letztens schon so'n Schock versetzt, ey. Ah! Falsche. Ah, eigentlich schon der Richtige. Auf den hast du ja auch gezielt. Meine Fresse, ey. Kommt her. Ich hab keine Stasi mehr. Dann musst du endlich wieder wahren oder zur Stasistation gehen. Und wir haben noch einen Stasist. Ja, aber das kannst du ja auch bewahren, wenn da eine Stasistation ist. Pfff! Alter, guck mal, da oben liegt überall noch so'n Zeug, ey. Ich weiß, aber ich glaub, das war's noch nicht. Nein, natürlich nicht. Kann zeig dich. Da hängt noch einer. Oh, damn! Oh, lad doch nach! Oh, ich hab... Oh, scheiße, die eine Waffe ist leer. Ja, wunderbar. Geil, ey. Ja. Den... Den musst du eh auch nachladen. Pfff! Pfff! Okay. Den hat's zerfetzt. Ja. Aber war's das? Weiß ich nicht. Ich glaub, da war nur noch einer, oder? Ich weiß es nicht. Oder eine. Weil nach der Trophäe zu holtern sind's ja Mädchen. Kann ich ja jetzt auch einmal aufladen. Da! Wo? Da! Pfff! Okay, tot. Und es ist ruhig, das heißt, es war's. Guck mal, der Arm oder das Bein ist noch in Stase. So. Dann können wir ja weiter machen, ne? Ja. Da, wo wir waren. Wo waren wir denn? Äh, Kisten da an der Wand. Ja, warte. Okay, das ist so'n Spieß. Okay, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Aber ich kann mal die Stase aufladen gehen. Die Stase bitte aufladen. Danke. Die sieht mit dem Rick aus. Okay, dann können wir noch ein bisschen was zum Energie aufladen. Also beim ersten Auftritt von denen, da haben die nicht so viel abgezogen. Mit dem Schlag. Keine Ahnung. Ich frag mich, wie wir bei den Viechern denn die scheiß Mienen legen. Okay, du kannst sie vielleicht hier irgendwo auf'n Boden verteilen. Meine Gluckkass laufen die rüber in ihrer... Ja, keine Ahnung. Helle aber, naja. Spinde! Ich verlasse mich da lieber auf hohe Wachen, weil ich... Ja, bitte 600 Quellen sind im Spindendien. Keine Ahnung. Oh, die Wache hat wieder Muni. Ja. Siegenrechtsschutz. Immerhin. Jupp, immerhin. Okay, oben rechts ist noch ne Kiste. Da liegt ein Speer. Da ist die Kiste, neben dir. Was? Ja, jetzt hinter dir. Ja, über mir war die doch. Da. So, okay, dann müssen wir gar nicht lang. Denn wir müssen erst hacken. Ja, dann hack dir mal den Wolf. Ja. Ich versuch's. Aber nicht zu fest, das könnte nämlich wehtun beim Gehen. Nr. 1. Warte, ich hatte gerade nochmal zwei. Nr. 2. An der gleichen Stelle. Nr. 3. Ja, das war's für den Teil und wir melden uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis dann. Tschö.